Schlampe, Iris Klein reagiert Yvonne Wölkes Interview Iris Klein, 55, ist außer sich. Seit Wochen behauptet die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, dass ihr Mann Peter sie mit Yvonne Wölke, 41, betrogen haben soll. Die Beschuldigten streiten die Vorwürfe vehement ab, obwohl mittlerweile sogar verdächtige Fotos der beiden aufgetaucht sind. In einem Interview stritt die Schauspielerin die Behauptungen jetzt erneut ab. Iris beleidigte ihre Kontrahentin daraufhin sehr aggressiv im Netz. Ich muss mich jetzt um mich und meine Gesundheit kümmern und bin fertig mit der Schlampe. Kannst ihn haben, ließ sich die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Weiterhin wettete Iris, aus zum nächsten verheirateten Mann. Punkt. Interview danach nicht vergessen. Und nicht vergessen, schön der Ehefrau die Schuld geben. Yvonne hingegen ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Weil ich nichts gemacht habe. Ich werde hier unschuldig bestraft, verteidigte sich die 41-Jährige bei RTL-Exklusivikind. Sie und Peter hätten sich in Australien lediglich gut verstanden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020